In diesem Film befassen wir uns mit dem Leisehäcksler AXT25TC von Bosch. Der Leisehäcksler kann dank seiner Rollen mühelos und einfach zum Einsatzort transportiert werden. Die Anpressplatte des Schneidwerks muss im laufenden Betrieb an die Messer der Turbine justiert werden. Die richtige Justierung ist gewährleistet, wenn sich kleinere Aluspäne in der Fangbox wiederfinden. Das Turbine-Cut-System gewährleistet einen sehr schnellen Materialdurchsatz und arbeitet weitgehend blockierfrei, egal ob Grünschnitt oder Hartholz verarbeitet wird. Schnelleinfülltrichter und Selbsteinzug ermöglichen einen Materialdurchsatz von bis zu 230 kg pro Stunde und das bei einer möglichen Aststärke von 45 mm Durchmesser. Sollte wieder erwarten eine Verstopfung auftreten, lässt sich diese meist durch rückwärtslaufen des Schneidwerks wieder lösen. Der Leisehäcksler AXT25TC ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet, die das Gerät sofort ausschaltet, wenn die Fangbox oder der abnehmbare Trichter im laufenden Betrieb entfernt werden. Der abnehmbare Trichter passt in die große Fangbox, wodurch der Leisehäcksler mit nur 67 cm Höhe im Aufbewahrungszustand einfach zu verstauen ist. Und nun viel Spaß mit dem Leisehäcksler AXT25TC von Bosch.